herzlich willkommen auf lh cyber security und schön dass du dabei bist wir sind jetzt im modul 12 angelangt für das erste das letzte und hier geht es um bus zugriffsverfahren wir schauen uns genauer an was csma cd ist und csma cr ist das ganze heißt ausgesprochen kerry sens multiple access kollisions detection und wird im ethernet bereich verwendet hier werden alle botschaften gleichberechtigt also alle datenpakete sind gleichberechtigt wenn sie gesendet werden und können dadurch aber mit anderen datenpaketen kollidieren also zusammenstoßen und bei sehr vielen kollisionen kann es eben zu einer sehr hohen busbelastung führen was wiederum dazu führen kann dass gar keine daten mehr gesendet werden können oder empfangen je nachdem das ganze ist nicht deterministisch beim csma cr verfahren kollisions resolution wurde das ganze etwas überarbeitet und es wird im campus verwendet hier arbeitet man mit prioritäten also der sender der eine höhere priorität hat darf die daten schicken und kommt somit auch immer durch die leitung durch die anderen müssen eben dann warten oder später erneut senden genau das ist der zwei sind die zwei unterschiede auf jeden fall auch noch mal sehr wichtig für die netzwerktechnik wird häufig gefragt in prüfungen und auch ist es gut sich damit auszukennen ich hoffe euch hat die reihe gefallen wenn es euch gefallen hat lasst mir doch ein abo und like da ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann im nächsten video peace abonniere